Die wird den ganzen Tag sich unter sie mischen. Die wird die Vorträge angucken und am Ende wird Nele ein Konzert geben und wir werden den ganzen Tag noch einmal musikalisch zusammenfassen. Ich hätte gerne von euch noch als Inspiration ein Wort. Mut. Erfüllt Mut, Frauenpower. Und wir haben uns überlegt, zum Abschluss der Womanpower 2018, werden wir euch einen so We Are The World Song singen, so in dem Stil. Und irgendwie ist jetzt Abschiedszeit. Bye, bye, Womanpower. Bye, 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 Womanpower. Singt mit uns. Bye, 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 Womanpower. Frauen haben Power. So sieht's aus. Und Sie haben auch das letzte Wort. Dankeschön. Honestly, wenn sie sich naja tun, ist, dass wir das+. Ich könnte mich nicht röschen. roar und das wrestle. ��